Hey, this is some pretty good coffee you have here. Winzer und ich hier, wir hätten auch den Gefriergetrocknen genommen. Lass das, ich weiß wie gut mein Kaffee ist. Weißt du warum? Weil ich den Kaffee kaufe. Und ich kaufe den richtig teuren, weil ich ihn schmecken möchte. I know how good my Kaffee is. Aber weißt du was mich jetzt richtig interessiert? Es ist nicht der Kaffee. Es ist warum du hier reinkommst mit einem Schnurrbart. Hast du hier reingefahren bist? Hast du ein Schild gesehen, wo drauf steht Mensch mit Schnurrbart? Nein. Weißt du warum du das nicht gesehen hast? Weil es keins gibt. Es gibt hier keine Menschen mit Schnurrbart in diesem Haus. Wenn Bonnie nach Hause kommt und dich hier findet mit dem Schnurrbart. Dann gibt es ein riesen Problem. Riesen Problem, ja. Dann gibt es eine Scheidung. Ich möchte nicht geschieden werden. Ich möchte dir helfen. Gerne. Aber ich möchte nicht geschieden werden deswegen. Sie kommt in eineinhalb Stunden nach Hause. Du hast eineinhalb Stunden Zeit. Mach was draus. Ruf einfach an die Leute die du brauchst. Du hast eineinhalb Stunden. Untertitelung des ZDF, 2020